Nachdem das erste Serien-Event bei einer Community-Preview echt gut funktioniert hat, haben wir uns gedacht, so hey, Entertainment TV, wir arbeiten auf dem Kanal echt oft zusammen und ihr habt jetzt eine neue Serie, die exklusiv bei euch auf der Plattform läuft, nämlich Valkyrien. Und da habe ich gesagt, so hey, es wäre doch irgendwie cool, nachdem die Serie so übermäßig erfolgreich in Skandinavien war, wenn wir uns die ersten beiden Folgen zusammen auf der großen Leinwand anschauen und genau das werden wir machen, nämlich am 13.12. Es geht jetzt ziemlich flott, nur noch ein paar Tage und dann schauen wir uns die Serie an. Die handelt von einem Chirurgen, der eine sterbenskranke Frau hat und die Krankenhäuser sagen, sie können ihr nicht mehr helfen. Es gibt aber eine alternative Behandlungsmethode, die möchte aber niemand anwenden und so richtet er eben selber im Untergrund quasi eine Krankenstation ein. Also das klingt auf jeden Fall schon so ein bisschen so, ja, Ärzte, Miets, auf jeden Fall Untergrund, Spannung und bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommen wird. Und ihr könnt direkt auf den Link klicken, mitmachen und dabei sein, denn, ja, die Serie gibt es nie wieder auf der großen Leinwand zu sehen, nur jetzt einmal bei uns. Das Ganze findet am 13.12. wie gesagt in Köln im Filmpalast statt und ich würde mich freuen, wenn ich da einige von euch sehen würde. Also einfach auf den Link klicken und dann sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch bei Valkyrie. Ich weiß einfach nicht, was schiefgegangen ist. Es tut mir leid. Die Behandlung, die Sie vorschlagen, wurde noch nie an Menschen getestet. Was hast du das getan? Sie lebt. Ihr könnt weiterforschen, solange ihr wollt. Was ihr macht, interessiert mich nicht. Und ihr stellt mir keine Fragen, was ich mache. Im Gegenzug für meine Gastfreundschaft und eure Sicherheit erledigt ihr kleine Jobs für mich. Ich bringe Patienten hierher und die behandelt ihr dann hier unten in unserer Klinik. Das ist eine medizinische Entscheidung. Das kannst du nicht ignorieren. In der Moderne sind wir die Glücklichen. Wir verdienen mehr, bauen höher und haben ein schnelleres Wachstum als all unsere Vorfahren. Alles ist neu, besser und größer. Doch eines Tages wird der letzte Tag vorbei sein. Denkst du, ich weiß nichts von deinem Endzeitsfachsinn live. Das sind doch alles Wahnvorstellungen. Jetzt ist es so. Wir werden zusammenhalten. Wir werden zusammenhalten. Die Menschen werden aufwachen. Ich danke Ihnen. Aber das sind Sie nicht. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.